Der berühmte Dirigent und die junge Tänzerin Leslie begeistern das festliche Haus. Das erregende Geschehen um das Schicksal von vier Menschen steht im Mittelpunkt des Films Häschen in der Grube. Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der internationalen Festspiele ins Poleto. Du willst sie doch mit attraktiven Frauen schmücken. Attraktiven Frauen, einer Mutter und ihrer wunderschönen Tochter. Gewöhnt ihr das nicht zu früher? Zwischen zwei Generationen steht ratlos ein Mädchen. Es ist reizvoll an der Seite eines berühmten Mannes ständig im Blickpunkt der Öffentlichkeit zu leben. Hat sie den Mut einen neuen Weg zu gehen? Dreht mich um. Gib mir meine Bluse. Er ist ein Junge wie viele andere auch. Er wollte nur ins Bett mit Dir. Und wie ist das mit Dir? Du willst doch dasselbe. Ein brisanter Konfliktstoff vor dem Hintergrund einer italienischen Kleinstadt, milieuecht inszeniert. Kannst Du Dir vorstellen, wie das ist, im Unterwachsenen zu sein? High Society. Mit wachen Augen erlebt Leslie die gute Gesellschaft. Und dann kommst Du zu mir nach Hause und wir spielen mit der Eisenbahn. Hier hat man seine eigene Moral. Das Verhältnis des Maestro mit Lesleys Mutter ist statt bekannt. Aber niemand ahnt die ganze Wahrheit. Ich kann nicht. Ist es immer noch die große Liebe? Heiratet ihr oder habt ihr Probleme? Nein. Nein, bleibst Du hier! Du wirst das nicht! Das ist schnell! Vom Skandal ins Poleto berichtet der Film Häschen in der Grube. Ein faszinierendes Spiel mit großer Besetzung. Verwirrend echt. Deutschlands erfolgreichster Jungstar. Lesley. Internationale Spitzenstars in einem außergewöhnlichen Film. Du mit deinen Baumwollhöschen. Morgen kaufe ich Dir Hübschrecken. Bist lieb, ne? Und das soll angeblich unmoralisch sein. Unschuld oder Sünderin? Nymphe oder Verführte? Das ist die Frage. Zwei Welten prallen hart aufeinander. Du bist miserabel. Mach, dass du rauskommst! Ein Spiel für Erwachsene. Häschen in der Grube. Ah! 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 Untertitelung des ZDF, 2020